Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich Willkommen zurück zu Minecraft. So, wir wollten hier ja die Lampen wo ihr da ranhängen. Da muss ich erstmal mal kurz gucken, wie viel er da gemacht hat. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, sechs dazwischen, also jeder siebte. Dann brauche ich einmal kurz die Gerüste. Und der einmal kurz weg da. Und die hatten wir, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, immer fünf, die Ketten. Ah, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ah, das ist wieder viel zu hoch. Das kennen wir ja schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da hatten wir dann immer die Lampe ranhängen, ne? Hoffentlich stimmt das jetzt. Zock. Sieht aber gleich aus, ehrlich gesagt. Oder? Ja. Würde ich jetzt sagen, es ist die gleiche Höhe. Oder? Ich weiß auch nicht, ob das jetzt am Ende hinkommt symmetrisch. Aber das werden wir sehen. Aber muss es auch gar nicht. Weil die Orgel da hat ja ihr eigenes Licht. Den müsste ich jetzt definitiv noch einmal... Grüß her. So, von hier. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Bis sie hier dann nix hinkommen. Der kommt jetzt auch ungefähr mit der Orgel hin. Würde ich so sagen. Sehr schön. Äh, grüßt. Diep, 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 diep. So. Kitty. Und auch nochmal fünf. Bin ich jetzt richtig? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann die Lampe ran. Wunderbar. Dann müsste das doch passen. Denn einmal kurz das hier wieder weg. Das brauchen wir ja nun wirklich nicht mehr. Und vor allen Dingen depp ich wieder rein. Ähm. Sehr schön. Da hin, da hin. So, wie sieht es denn aus? Mal kurz gucken. Oh. Also hier in der Kirche passt das schon ein bisschen mit depp ich. Da kommt man eigentlich so, äh, mit den Lampen. Aber wirklich super viel Licht ist das ja nun auch nix. Aber gut, sparen kann ich ja jetzt auch nix. Also das ist ja jetzt nicht so, dass es stockdunkel ist. Das nett. Aber ein bisschen dunkler soll es ja auch sein. Für eine Dorfkapelle räucht das ja schon fast. Dann müssen die halt nur noch die Lesepulte hin. Hier muss noch so ein bisschen depp ich hin. Das sieht gerade sehr merkwürdig aus mit der Anzeige. Dann haben wir es fast. Zumindest, naja, das Dach fehlt halt noch, ne? Nee, da sind doch noch. Aber ich glaube, das kann man mit den Lampen schon fast so lassen. Was denn hier? Da sehe ich gerade, es ist eine Treppe falsch. Warum? So. Hier habe ich doch nicht so hingesetzt. Nee, 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 nee. Das kann doch nicht sein. Absolut nicht. Mir doch nicht. Leider am laufenden Band. Aber gut. Haben wir noch irgendwo Bräder? Ja, daraus mache ich jetzt erstmal Treppen. Den zimmern wir noch ein bisschen was rein, damit wir Platz im Inventor kriegen. Und mehr geht nicht? Gut. Ist immerhin. Auch ein Anfang. So. Aber wirklich sehr dunkel hier, ne? Ich glaube, hier wohnen wir. Zock, zock. So. Immer mal wieder zwischendurch. Dann haben wir es hier irgendwann auch fertig. Diep, 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 diep. Na, lass mich. Doch, doch mal da rauf. Dann ist doch immer das Gleiche hier. So, da hin. Den erstmal hier. Ich meine, die Treppen werden jetzt sowieso wieder nicht reichen. Das kennen wir schon. Vor allen Dingen komme ich da noch. Ja, da geht es noch. Aber den brauche ich nicht. Boah, ich hätte schon gerüstet. Denn, aber die Seite geht noch, ne? Vielleicht von hier? Wenn es geht, ja. Wunderbar. Die Seite, da habe ich schon. Ach, ich habe den da oben vergessen. Doch, komme ich so nicht hin. Auch nicht von hier, ne? Doch. Gut. Denn, na. Eng hier. Eng. Ah, das hat doch so keinen Sinn. Das werde ich mit dem Gerüst machen müssen. So, warte mal. Wozu haben wir denn die Gerüste, Mensch? Das ist doch viel einfacher. Brauche ich mich da nicht so abmühen. Müsste reichen. Ja, Digge. Wenn der nicht runterfallen würde. So, da hin, da hin, da hin, da hin. Ist sogar schon ein bisschen zu dicht. Warte mal, so sehe ich dort nichts. Schön besser. Da unten ist, da hin, da hin, da hin. Wunderbar. Den hier einmal ein Stückchen wurde. Sehr schön. Ist doch viel praktischer mit den Gerüsten. Es sollte, man passt so wie ich nicht auf, wo man hinläuft und fällt runter. Zock, zock, zock. Aber man kann ja leider auch nicht die Schifftasse gedrückt halten auf den Gerüsten. Und dann geht er ja immer gleich runter. Ah, geht aber so, oder? Von hier komme ich, glaube ich, nicht weiter meine Gerüsten. Nein. Gut. Den erstmal weg damit. Ey, hast du mich jetzt gerade erschrocken mit dem... Da fehlen noch welche. Da. So, ich lege mich mal kurz schlafen. Könnte auch damit zu tun haben, dass es hier so dunkel ist. Und den machen wir, glaube ich, weiter. Ich will zumindest die restlichen Treppen nicht einstecken. überhaupt da drinnen reinzimmern. Und den Rest machen wir den Späder, wo wir wollen gleich einmal kurz am Strand noch was bauen. So. Da. Ist schon wieder viel zu dicht, ne? Äh. Schon besser. Fällt auch noch unten, oder? Täusche ich mich da. So. So. Nein. Der sollte... Nein. Ihr sollt doch nicht so, Mensch. Echt jetzt? Ist das euer Ernst? Nur weil man auch immer schief steht, postet wieder nicht. So. Hat ich da auch schon... Nein. Aber hier unten fehlt, ne? Nein, das auch. Okay. Lassen wir mal runter da. Ducke. Ich da jetzt alles... Wäre zu sorgen, ne? Aber es sieht so aus. Zumindest hier unten die Seite habe ich. Gut. Wie viel Treppen habe ich noch? Ja, gut. Das sind nur noch ein Appel und ein Ei. Ganze zwölf Stück, um genau zu sein. Ich glaube, die kann man hier... Oh, hier habe ich auch schon so viel, ne? Die zimmere ich erst mal hier mit drin. Dorrin, Dorrin, so. So. Zock. So, die letzten Dräuner. Na, willst du? Danke. Bitte. So, ist zumindest schon mal ein Anfang. Das kommt alles noch. Den habe ich die auch schon mal verarbeitet. Ich meine, ich habe ja noch hier eine Menge Holz einstecken. So ist es nicht. Aber wie gesagt, ich will noch am Strand was machen. Und ich habe auch ein bisschen viel Erde einstecken. Das kommt jetzt durch hier... ...den Fußboden, ne? Wie ich das hier ein bisschen mache, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Aber ich werde hier wohl ein bisschen... Guck mal, das soll hier zwar wieder runtergehen jetzt. Aber damit es halt nicht zu künstlich aussieht, werde ich es wohl ein bisschen breiter ziehen müssen. Und da muss ich mal googeln. Das kommt mit dem Wasser nicht hin. Aber das wird schon noch irgendwie. Ey, was schreibt mir hier nicht so. Ich will hier jetzt erstmal nur ein bisschen Erde loswerden. Ja, ein bisschen breiter wird das Ganze müssen. Mindestens so breiter. Sonst sieht es nicht aus. Mal sprengen die Pilze ab, wenn man da was daneben setzt. Das habe ich auch so noch nicht gehabt. So, hier werde ich nachher nochmal breiten müssen. Guck mal, und das sage ich ja. Das sieht nämlich jetzt zu künstlich aus, wenn es hier so runter geht. Deswegen wird das zumindest hier auf diese Höhe müssen. Und dann erst weiter runter. So, und hier müssen wir uns dann jetzt echt... Was natürlich auch ein bisschen breiter ziehen. Nein. Wir springen wirklich ab, ne? Mal gucken, wie ich es am besten mache. Das werde ich doch echt anpassen müssen. Guck mal, ich will das auch mindestens drei breit haben. Da die Einbuchtung sei ja sowieso weg. Aber sie sieht es nicht ganz so extrem. Sieht zwar immer noch künstlich aus, aber nicht ganz so gequetscht. So. Hier werden halt auch noch ein paar Bäume weg müssen. Wie man ja schon sieht. So, wenn ich das hier mache. Und hier entsteht mich jetzt eine Style-Küste. Und das will ich auf keinen Fall. Dort heißt, ich werde hier wohl ein bisschen am Wasser beimüssen. Aber eins nach dem anderen. Hier, das muss ja noch in Ordnung. Nicht jetzt, das Ganze nicht jetzt. Das wird ja nicht hier später auch so weiter müssen. Zack, 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 zack. Aber eins nach dem anderen. Damit es hier nicht ganz so schlimm aussieht. Vielleicht baue ich ja noch so eine Art Weg um die Kirche herum oder so. Das weiß ich aber noch nicht. Da vorne ist ja noch. Da muss ja sowieso noch Bäume weg. Die Landzeuge noch weg. Ich will halt später auf die andere Seite das Gestüt bauen. Das heißt, da kommt sowieso noch was lang. Jetzt möchte ich gerne erst mal am Strand noch was bauen. Dafür bräuchte ich aber Eichenholz. Was ich gerade nicht einstecken habe. Das heißt, ich muss so oder so noch einmal zum Lager rüber. Dann kann ich mich aber auch gleich ein bisschen entleeren. Das wollte ich von Anfang an am Strand hinbauen. Und dann habe ich viel gießen. Aber das kommt jetzt definitiv. So. Nein. Pack doch nicht überall Faggeln hin, mein Friend, Mensch. So. Da kommt die jetzt wieder rein. Rinder. Runder zum Holz. Und Steune müssen auf Weg. Jo. Wollen wir da ein bisschen Platz haben hier. So. Andes, wir wollen nicht mehr. Rinder. Nein. Doch nicht die polierten, Mensch. Das da. Du hast... Und hier kommen dann die paar Polierten rein. Die haben sogar voll und ganz gereicht. Hätte nicht gedacht. Hat es aber. So. Äh. Schwarz Eichenholz. Pack ich erst mal weg. Kirche machen wir den Spader, woher der? So. Dorster weg. Ich packe auch erst mal die Lampen. Obwohl, die Lampen brauche ich noch. Ein paar Pilze müssen weg. Weizen lasse ich auch mal einstecken fürs Nachtzüchten. Aber hier kommen jetzt noch ein paar Zäune rein. Die sollen da rein. Die Slaves kommen hier erst mal wieder rein. Gut, da ist ein bisschen Ehe. Das kann ich behalten. Die Kohle, die kann eigentlich auch weg. Ich habe genug Lampen einstecken. Und Fackeln auch. Wenn ich die ganze Zeit die Kohle mit mir rumschleppen. So, der ohne Eisennugget hier. Der kann von mir aus da rein. Und die Pilze, ja, die gehören zwar eigentlich hoch. Aber später, später. So, was ich jetzt noch brauche, ist definitiv Eichenholz. Ich werde mal kurz was gucken. Eichenholz habe ich noch ein paar Zäune. Das ist schön. Ich habe noch ein paar Slaves. Das ist auch schön. Und sonst denn. Ich weiß nicht, ob ich noch normale Blöcke brauche. Ich nehme mal sicherheitshalber was mit. Genau, ich habe doch ein bisschen was von mitnehmen. Sicher ist sicher. Und den erst mal rüber. Zum Strand. Oh, das muss so. Das muss sein. Das gehört einfach dazu. Da, 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 da. Oh, das finde ich schön geworden bis jetzt. Kirche ist noch nicht ganz fertig. Aber größtenteuerl. Das sind ja eher nur so Dekoarbeiten, die jetzt fehlen. Aber dort mit den Lesepulten ist heftig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dafür so viele Bücherregale brauche. Und die tierischen Grausen weiß ich nicht. Ich will gleich nochmal gut gehen. Aber jetzt erst mal zum Strand. Der, 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 der Strand war hier genau. Da ist die etwas missratene Tiki-Bau. Alter, was hier an Katzen rumrennen. So, und mal gucken, wo ich das am besten hinsetze. Das ist, ähm, gute Frage. Und ich passe das hier am besten hier so. So, den brauche ich auch immer. Genau. Hier so. Einfach, weil ich ein bisschen eng so. Zock. Warte mal, das muss gleich groß werden. Zwei genug quadratisch werden. Eins, zwei, drei, vier habe ich. Zwei, drei, vier, ja passt. So. Das Ganze muss bloß das Bruch gerüstet. Etwas höher. So. Da hin, da hin. Warte ich da rauf. Jo, sehr schön. Da. Das soll jetzt nicht zu hoch werden, aber ein bisschen höher muss es. So. Oha, ich habe gerade das Gefühl, die Zäune reichen nicht. Oha, mindestens glaube ich ein höher oder zwei. Nein. Muss es noch. Zack, 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 zack. So. Da, da, da. Ah, das muss noch ein höher. So, dahin, 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 da. So. Ah, gut, der da drinnen, der muss zwar weg, aber ist hier so nicht so wie er. Mal, ich spiele da. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall die Slaps. Da muss ich mal gucken. Wenn ich die Slaps da so raussetze, sind sie auf der Unterseite, ne? Aber es ist, glaube ich, auch gar nicht verkehrt. So, da hin. Nein. Jetzt geht schon wieder los hier. Da hin, da hin. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht, aber soll eigentlich nur eine Kleinigkeit werden. Ah, ob ich da eine Leiter rankriege, weiß ich auch nicht. Ich glaube, die geht gar nicht an die Zäune, ne? Hm. Da muss ich auch einmal durch. Der hier soll auch weg. So. Was, hier kommt zwar jetzt wieder zu. Zock. So. Ah, eigentlich müsste hier so eine Leiter ran. Und obendrauf dann halt noch so einen kleinen Zaun rum. Mehr wollte ich gar nicht. Dafür bräuchte ich halt noch einmal die Slaps. So. What a minute more. Aber Leiter dürfte schwierig werden. Ah, das dachte ich mir. Dafür häpp ich die Slaps. So. Hier dann einmal so Slap rum. Was in der Mitte zumindest. So eine kleine Ecke. So, hier sollte er nicht offen bleiben. Ich brauche noch ein paar Zäune. Habe ich hier eine Craft-in-Box oder habe ich die? Aber ich habe eine mit, ne? Ja. So. Ich brauche noch mal ein paar Zäune. Das kriegen wir hin. Ich meine, ich brauche gar nicht mehr viele, aber ein paar. So. Ich glaube, das reicht schon. Einmal hoch. Na. Soll hier nur einmal quasi. Hier vorne soll frei bleiben. Genau. Aber Leiter kriege ich da, glaube ich, beim besten Willen da dran. Ich meine, ich kann es mal probieren. Leute, da baut man, glaube ich, immer noch wie früher, ne? Also hier quasi so. Nein. Das durfte ich. Meine Leute, passt hier nicht. Schau, D. Aber ich hätte das drei breit machen müssen, ne? Aber dann wird es hier viel zu klubig. Viel zu klubig. Hm. Wie mache ich denn das am besten? Das ist eine gute Frage. Treppe wird hier aber auch zu klubig. Wenn ich den einfach, ich meine, das ist zwar jetzt nicht Sinn der Sache. Könnte aber auch gut aussehen. Hier so ein Dingsbums vorstelle. Das Ding ist ja wie eine Art Leiter, ne? Ich meine, hier kommt man ja hoch und runter. Soll halt so eine Art. Ach du, die Redung ist schon mal Turm darstellen. Die kriegen dann noch ein bisschen Licht oben drauf. Deswegen die Lampen. Das muss natürlich sein. Ah, mal gucken. Vielleicht baue ich den nochmal um. Der gefällt mir jetzt so, ehrlich gesagt, nicht so ganz. Aber er ist mal Opfer. Ein bisschen Licht soll er hier hier holen. Sehr schön. Ah, das gefällt mir noch nicht so ganz. Ich glaube, ich werde den einen Breiter machen. Aber das ist dann, glaube ich, schon ein bisschen zu breit. Erstmal bleibt er so. Und dann brauche ich jetzt noch ein Schild. Das war, glaube ich, so. Ein Stiggy und Bräder, ne? Ähm. Eww. Braucht er zwar eigentlich nur eins, aber... Gut. Passt ab. Scheint zu gehen. Gut. Hier... Wocht. Passt das? Äh. Wird schon auseinandergeschrieben, mein Freund. So. Hier wocht... Der... Heselhoff. Sehr schön. Wird er mit einem S oder F oder zwei F? Ich weiß das gar nicht. Ich lass mal zwei trennen. Ich hab da noch nie drauf geachtet, wie der gute Heselhoff... ...geschrieben wird. Ich find's auch ein bisschen schade, dass der heutzutage so runtergemacht wird. Dabei ist er wirklich ein sehr guter Schauspieler. Nur weil er so ein paar kleine Problemchen privat hatte. Finde ich, ist das nicht fair, wie heutzutage mit ihm umgegangen wird. Da ist er bestimmt nicht freiwillig reingerutscht. Also ich finde... Allein schon damals ist er ein Knight Rider. Er ist der einzig wahre Original Knight Rider. Da kommt kein anderer ran. Sollte man ihm schon Respekt zollen. Ah, ist zwar blöd, dass es jetzt in der Luft schwebt, aber... Gut. Den hätten wir dos auch. Die schöne Diggi-Bar ist zwar jetzt nicht wunderhübsch, aber sie geht. Würde ich so sagen. Hier fehlt noch eine Kloppe. So, was ich natürlich wollte hier an der Promenade eigentlich oben so einen Weg lang. Ursprünglich mal. Ob ich das noch mache, ist noch eine andere Frage. Vielleicht wohl er hier oben. Passt wohl er. Hier so vorbei. Hm, mal gucken, mal gucken. Man sieht jetzt gerade nicht viel. Ich gehe mal kurz schlafen. Hab hier ja ein Bett in der Nähe. Dem, dem, dem. Ich glaube, das hatte ich sogar hier... Das hatte ich hier geklaut, ja. Gut. Vor allem, ich mag die Minecraft-Müggie. Hm. Ja, die Rettungsschirmatum, die bleibt nicht so. Der gefällt mir doch nicht ganz. Ähm, da war es dran. Ne. Hä? Hier ist er doch, oder nicht? Ja. Ich verlaufe mich echt in meiner eigenen Gegend. Das ist schmal. Alter. Das ist ja furchtbar. So, auf jeden Fall soll hier ein Wehfaller gehen. Das ist klar. Deswegen ist halt die Treppe hier. Zack, 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 zack. Den möchte ich jetzt gerne ein bisschen abschrägen, wenn es geht. So. Ah. So, vielleicht hier nochmal lang. Ah, es geht so. Ne, damit er nicht zu gerade wird. Genau. Und hier denn so lang, wenn es passt. Damit er damit so rankommt. Das geht, oder? Ja. Dann wird er von breit zu schmal. Das passt. Aber ich hätte halt gerne hier so einen kleinen Weg lang. Also, hier wollte ich dann gerne diese Platte nochmal so hinsetzen als Begrenzung, wenn es denn aussieht. Das weiß ich noch nicht. Aber erstmal wollte ich den gerne hier so vorbei haben, weil da sollen ja später noch mehr Sachen hin. Zack, zack, zock. Den müsste er hier so. Den muss der aber so. Zock. Damit es ja nicht zu eng wird. Genau. Wow. So. Der müsste der door hin. Genau. Hier, hier. Zack, zock. So. Hier müsste er denn mal einen kürzer. Yo. Das passt aber. Der kommt der door hin. Also quasi hier so schräg vorbei später. Ach, du bist auch schon wieder da, mein Freund. Was hast du denn diesmal? Lass mal sehen. Lass mal sehen. Was hast du da? Feuerkuh reinblocken. Margariten, Ronken, Magenta, Farbstoff, Löwenzahn, Pozzol. Dumpfi. So, machen wir wohl. Der hat nur Mist. Der haut nur Mist. Der muss hier. So geht das. Der müsste hier, aber hier, genau. Soll ja nicht zubereit werden. Doch. Der müsste hier wieder so eine rüber. Dafür müssen der aber mit weg. Denn hier so. Genau. So geht das. So geht das. Vorsi, ja. Hier quasi ja später so vorbei. Weiß halt noch nicht genau, was ich hier hinten hinbaue. Kommt wahrscheinlich noch. Vielleicht auch nicht. Je nachdem, wann die 1.17 kommen, ist das halt schwer zu sagen. Man weiß es halt noch nicht. So. Und dann hier quasi, ich glaube, hier werde ich auch noch mal so ein bisschen anpassen müssen. Wo das auch nicht schlecht aussieht, wenn der Weg hier so direkt. Aber hier ist es ein bisschen beengt. Also ein bisschen muss ich es hier noch umbauen. Wo eins an dem anderen. Und hier dann vielleicht noch so eine kleine Treppe zum Minibau oder so. Äh, zu Stornbar. Monas kann auch nicht schaden. Wo baue ich denn hier am besten die Treppe hin, ne? Da werde ich hier wohl wo, warte mal. Ein bisschen. So, die Treppe hier direkt rund. Das könnte gehen. Treppe habe ich aber auch gerade nicht einstecken. Ne. Später. Und hier halt einfach nochmal so einen kleinen Weg durch. Seht ihr, so eine Treppe rankommt hier so runter. Das könnte auch gehen. Das geht ins später Dorf weiter. Den Post hat hier, das ist ja hiermit verbunden. Da kann man hier vielleicht noch ein bisschen Grünzeug auch so dazwischen machen. Und hier soll es dann halt auch später so schräg rüber gehen zur Kirche. Aber auch hier zwischen zum Marktplatz. Also hier soll ja auch noch was entstehen. Daher kann ich den Weg hier auch nicht noch gar nicht komplett machen. Da ich noch nicht genau weiß, wie das soll. Jo, hier ist nimmer die Schaufel. Aber so ungefähr wollte ich das. Boah, ich wurde mal, ich baue mir mal noch eine Schaufel. Mir gefällt aber auch, nee, so gefällt mir es gar nicht. Aber dem guten Heselhoff zu ehren, ich weiß, viele hacken auf ihn rum. Ich selber bin aber immer noch ein großer Fan von ihm. Und finde es nicht fair, wie er behandelt wird. Aber das ist wohl immer persönlich Geschmackssache. Ich jedenfalls ehre den guten Heselhoff. So. Denst du gehst mal auf den Senkel, Junge. Aha. So, den hier nochmal lang und den müsste ich immer auch schon noch so langsam ein bisschen schräger rüber. So. Zock, zock, zock. Zock, zock, zock. So, dann müsste hier nicht wieder so beengt wird. So. Müsste hier quasi nachher so weitergehen. Hier so schräg rüber. Zock, zack, zock. Hier nochmal. Hm, hm, hm. Eww. Ich glaube, wir müssen noch eine Menge Karten aktualisieren demnächst. So, hier ist schon einiges entstanden jetzt. Ja, so ungefähr. Ne, so, ja, das geht. So, es geht. Den müsste hier so weitergehen, damit er irgendwann letztendlich bei der Kirche ankommt. So, und hier wird es dann jetzt schon eng mit dem Gras, ne? Ja, aber er ist richtig, er ist richtig. Den müsste hier echt so weitergehen. Zock, zock, zock. Den müsste ich den einen hier wegmachen. So. Ich will jetzt nicht zu viel Gras wegnehmen. Obwohl, dass wir jetzt später noch mehr groß sind. Und der eine hier müsste trotzdem weg. So. Eww. Dann will ich hier quasi so vorbeigehen. Zack. Sehr schön. Ja, damit es so an die Kirche führt. Zack. Und der hier müsste noch. Den haben wir doch schon fast. Jo. Das war ein sehr, sehr schräger Weg, aber das ist beabsichtigt, weil hier noch was hin sei. denn dorthin, dorthin, den kann ich auch schon mal machen. Hier muss aber auch noch hin. So. Zack, zock, zock. Und dann bin ich fast bei der Kirche. Ah, nicht ganz, aber fast. Ähm, der müsste weg. Zack, zack. Ah, ich glaube, zwei weiter müsste ich. Aha. Der, der. Wunderbar. Und dann nochmal hier, hier. Jo. Und hier müsste er denn so quasi weitergehen. Damit er an die Kirche rangeht. So, und hier kommt natürlich noch ein ordentlicher Eingang. Ich mache das erstmal so, damit das hier schon mal verbunden ist. Und hier möchte ich eigentlich nur einen Schmollengang zwischen haben. Keinen großen, so ein Zweier breit müsste gehen, ne? Oder Einser breit. Obwohl das echt komisch aussehen würde mit dem Einer hier zwischendurch, oder? Mal gucken. Naja, da könnte man das hier aber verbinden. Das sieht sonst ein bisschen sehr merkwürdig aus, weil es ist unsymmetrisch, ne? Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, da muss ein Zweier durch. Da muss ein Zweier durch, sonst ist das unsymmetrisch. So, ja, so geht das aber. Denen hier quasi einmal so durchzimmern. Oh, zock, ein bisschen gerade, bis ungefähr hier, hier soll er immer wieder ein bisschen zriger. So, bis noch dort. Oh, wo denn meint, der müsste aber hier weg, ne? Zack, ja. Sonst sieht das zu gequetscht aus. Zack, zock. Ja, das geht. Dort nochmal hin. Den vielleicht noch mal ein Stückchen gerade aus. Den hier nochmal hin. So, guck mal, dass man hier auch noch so einen Weg hin hat. Dass es alles aussieht, als wenn das alles so wird, als wenn sie hier wohnen und arbeiten und so weiter und so fort. Hier kommt da noch ein bisschen groß zwischen, da kommt noch ein Gebäude hin und so weiter und so fort. Also hier entsteht noch so einiges. Dort kommt den Weg. Gut. Und den müssen wir aber dringend da hinten noch eine Hüte bauen. Also, die muss jetzt auch so langsam doch mal hin. Wie gesagt, auch hier, das machen wir irgendwo mal, wenn wir zwischendurch mal, immer mal wieder. Aber ansonsten, wie gesagt, auch nach den Tieren und so muss ich gucken. Wegen den Bücherregolen. Und hier muss ich mir auch noch was einfallen lassen, was ich hier vorne mache. Tür werde ich hier wohl nicht reinkriegen, aber muss auch nicht. Ist eben eine öffentliche Kirche. Vorhin sind wir aber erst mal am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Morgen geht's denn hier weiter. Bye Bye